Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute widmen wir uns dem Part mit den Talentbäumen. Mit Pre-Reach 10.0 sind die neuen Talentbäume im Spiel online gegangen, wie ihr hier seht. Wenn ihr euch einloggt, gibt euch Blizzard in der Regel, zumindest war es bei mir so, auch schon so ein Einsteigerbild an die Hand, beziehungsweise wird das hier Standardkonfiguration genannt, aber es geht auch ein bisschen einfacher, beziehungsweise das ist der Einsteigerbild. Zu bestimmten Videos oder bestimmten Klassen mache ich extra Videos, wo ich mich ein bisschen mehr mit auskenne. Ansonsten kann ich euch sehr empfehlen, wowhead.com. Die haben schon vorbereitet was für jeden Speck, für Raid und für Mythisch+. Und das ist wirklich super einfach, diese Talentbäume und Guides wurden so ziemlich von den besten Spielern der Welt geschrieben, also da könnt ihr euch sicher sein, dass das ziemlich up to date ist. Ihr könnt natürlich auch weiterhin dran rum experimentieren und umbauen, wie ihr das wollt, aber hier habt ihr schon mal so grob die Richtung, wenn ihr davon eine der Talentskillungen wählt, seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite, was die Sache angeht mit, ist diese Skillung konkurrenzfähig oder nicht. Und was ihr tun müsst, das ist auch ziemlich einfach und ziemlich gut. Ihr müsst jetzt nicht mehr wie vorher gucken, lesen, ja, ich skille ich dies, skille ich das, sondern die neuen Talentbäume lassen sich ja importieren und exportieren. Dementsprechend, in dem Fall, ich bin jetzt auf meinem Blutdk, ich gehe meistens Mythisch Plus mit dem. Also sage ich jetzt Copy Mythic Plus Bild, klick da drauf, Häkchen ist gesetzt, ist kopiert, dann gehe ich wieder ins Spiel und jetzt will ich hier unten importieren. Text importieren, strgv, dann ist der Code drin und das nenne ich jetzt einfach Mythisch Plus. Kann es aber auch nennen, wie ich will, Brokkoli oder so. Dann importieren, dann dauert es kurz und dann die ganz normale Wartezeit, wie sich das Ganze hin und her schiebt und zack, schon habt ihr die richtige, oder was heißt richtige, die Skillung, die ihr übernehmen wollt, bei euch drin. Easy peasy. Und wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich rate aber vielleicht auch mal, dann sage ich Copy Rate. Dann gehe ich wieder importieren, mache da den Code rein, gibt der Sache dann den Namen Raid, ganz einfach, klick wieder importieren und dann ist die Geschichte drin. Und so könnt ihr euch auf wowhead.com für jeden eurer Specs die Talent Builds raussuchen. Die werden auch regelmäßig überarbeitet. Also, wenn nicht, in zwei Wochen werdet ihr da wahrscheinlich andere Builds importieren können, als das jetzt der Fall ist. Die passen das auch immer nach aktuellsten Patch Notes, Buffs, Nerfs und so weiter an. Also, das ist sehr angenehm. Und wenn ihr zwischen den Sachen hin und her wechseln wollt, ist das auch ganz easy. Klickt dann jetzt nur noch auf Mythisch Plus und dann setzt es mir den Mythisch Plus Talent Build wieder rein. Ansonsten, Fähigkeiten, die ihr vorher schon in der Leiste hattet, die bleiben auch drin. In dem Fall würde ich dann euch einfach nur empfehlen, guckt mal euer Klassenbuch an, in den allgemeinen Todesritter-Fähigkeiten. So sieht es zumindest aus, ist jetzt nichts groß dabei, was ich umskillen müsste oder neu in die Leiste packen müsste. Das ist schon mal ganz gut. Gucken wir bei Blut. Da ist es auch nicht der Fall easy. Ansonsten sind die, wie ihr das schon kennt, so bläulich hinterlegt. Da könnt ihr dann die Sachen einfach an eure Leiste ziehen. Das ist das bei einigen Klassen. Beispiel bei meinem Druiden, da habe ich auch genau diese Anzahl an Leisten. Und da kriege ich schon nicht alles rein. Beim Todesritter ist es jetzt wieder, da ist mehr als genug Platz. Und ich wette, wenn ich auf meinem Demon Hunter gehe, könnte ich drei Viertel der Leisten ausblenden. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie da die Balance nicht gefunden haben, so richtig. Aber gut, das ist Geschmackssache. Aber wie gesagt, sehr, sehr coole Arbeit hier von wowhead.com. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich sag mal, es ist halt einfacher, um reinzustarten. Man muss sich jetzt nicht mehr hinsetzen und sagen, okay, ich würde jetzt gerne mal mit dem Pre-Patch meinen Hexer ausprobieren, aber jetzt muss ich wieder ewig skillen und sonst was. Es sind halt, weiß nicht, drei Klicks oder so und dauert zehn Sekunden und ihr habt schon mal ein Bild. Und zum Beispiel, was ich mache oder gemacht habe, ich habe mir erst mal die Sachen reingeholt. Bei gewissen Klassen kannte ich mich auch vorher schon aus, weil ich die halt schon auf der Beta gespielt habe. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe, keine Ahnung, sage ich jetzt einfach als Beispiel Blutdicker, wobei es da jetzt nicht der Fall ist. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt geskillt, aber ich spiele erst mal und dann, ich setze mich dann gerne nachhinein nochmal dran und gucke mal, was habe ich da jetzt eigentlich geskillt. Man will ja auch wissen, was die Sachen so bewirken. Also man sollte sich schon nochmal mit auseinandersetzen, meiner Meinung nach, und nicht einfach nur blind übernehmen und sagen, läuft schon. Aber theoretisch, wenn ihr das machen wollt, ist das auch möglich. Und was mir ebenfalls gut gefällt, wir können jetzt mal vergleichen, ungefähr, das ist jetzt der Mythisch-Plus-Bild. Und wir machen mal diesen Einsteiger-Bild an und gucken mal, in welche Richtung er das gilt. Und, cool, solange was auf Abklingzeit ist, kann ich es nicht ändern. Das ist doch gar nicht auf Abklingzeit. Weiß nicht. Deswegen hätten sie auch irgendwie ein bisschen, weiß nicht, rausnehmen können, das nervt teilweise. Also klar, ich verstehe den Sinn und Zweck dahinter, aber ich wette, da gäbe es bestimmt eine Mechanik, wie man das anderweitig umgehen könnte. Und ich sage mal hier, der Einsteiger-Bild ist jetzt ein bisschen mehr auf Sicherheit gespielt, dass ihr Fegefeuer mit drin habt, also quasi einen Tod umsonst habt, während ihr hier mit dem normalen Mythisch-Plus-Bild hier ein bisschen auf der linken Seite runtergeht. Aber ich würde jetzt mal behaupten, vergleichen wir das mal mit dem Raid-Bild, da ändert sich auch ein bisschen was. Ihr seht übrigens auch gleich, jetzt ist Raid-Bild drin, wenn ich auf Mythisch-Plus gehe, werden auch direkt die Talente schon geswappt, also man sieht dann sofort, was sich verändert. Und das ist tatsächlich auch ganz nett. Und ja, alles in allem, diese Einsteiger-Bilds, würde ich sagen, sind jetzt nicht perfekt, aber sie sind schon mal gut, um einfach loszulegen und zu spielen. Und für alles Weitere habt ihr jetzt zum Beispiel da Wowhead, die machen wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Und da könnt ihr euch dann immer mit den aktuellsten Talent-Bilds versorgen und seid eigentlich immer auf der sicheren Seite. Damit auf jeden Fall Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Und wenn ihm so ist, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Und sovon sage ich, bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit. Reingehauen.